Herzlich Willkommen zur Folge 8 des aktuellen Wollohulika-Karls, dem Hanna-Tuch. Du bist hier auf dem Kanal Gabriele von Wollohulika gelandet. Wollohulika ist eine Handfärberei aus Bremerhaven. Die verwendeten Garne bei diesem Tuch, das ich stricke, sind alles eigene, handgefärbte Garne. Du kannst dir Strick-Kits anschauen, kaufen und auch viele einzelne Stränge in unterschiedlichen Qualitäten in unserem Wollohulika-Shop unter www.wollohulika.de Wenn dir dieses Video gefällt, dann lass ein Abo da, aktiviere die Glocke und jetzt wollen wir auch gleich starten. In meinem Fall, bei der Folge 8, geht es weiter mit der Farbe 1 oder A, das ist die Fuchsie. Und zwar stricken wir jetzt zwei Reihen glatt rechts, muss eben mal alles zurecht ziehen, ein bisschen Werbung einblenden und es geht auch los. Die ersten drei Maschen heben wir ab. Die gehören zum angestrickten Eichord. Na, da ziert sich eine Masche. Und dann stricken wir die erste Reihe rechts und die vordere Seite und die Rückreihe stricken wir links, dass wir zwei Reihen glatt rechts haben. Das mache ich und du auch und dann sehen wir uns zum Mustersatz gleich wieder. So, ich habe meine zwei Reihen glatt rechts gestrickt. Und jetzt kommen wir zum Mustersatz 1. Und da zeige ich dir nochmal, wie der geht. Du strickst viermal zwei Maschen zusammen. Und dann achtmal ein Umschlag, eine Masche rechts. Und nochmal viermal zwei Maschen zusammen stricken. Das machst du so lange, bis die Reihe zu Ende ist. Und da das der Mustersatz 1 ist, also der mit der Krausrechtsrippe, dann strickst du die zweite Reihe, also die Rückreihe, die strickst du komplett rechts. Wenn du das gemacht hast, dann geht der kleine Film hier auch weiter. Ich mache das auch und drücke so lange auf Pause. So, jetzt kann es auch schon weiter gehen. Ich habe meinen Mustersatz 1, den mit der Krausrechtsrippe, zu Ende gestrickt. Und die nächste Reihe, die strickst du jetzt rechts. Und zwar bis zum Ende. Und die Rückreihe, die strickst du links. Das bedeutet, wir stricken zwei Reihen glatt rechts. Wir stricken zwei Reihen glatt rechts. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn du an Wolloholiker interessiert bist oder du findest uns auf vielen unterschiedlichen Social-Media-Kanälen, auf Pinterest unter dem Namen Wolloholiker, auf Instagram unter dem Namen Wolloholiker. Wir haben auf Facebook eine Seite mit dem Namen Wolloholiker und eine Facebook-Gruppe, die heißt Strick schneller, das Leben ist kurz. So, ich stricke die Reihe rechts bis zum Ende und die Rückreihe stricke ich links. Und dann sehen wir uns nochmal. So, und ich habe jetzt meine zwei Reihen glatt rechts gestrickt. Und jetzt stricken wir den Mustersatz 1, wie gewohnt, viermal zwei Maschen rechts zusammen. Also zwei Maschen zusammen stricken, nicht rechts zusammen stricken. Viermal zwei Maschen zusammen stricken also. Und achtmal ein Umschlag, eine Masche rechts. Die Rückreihe ebenfalls rechts und dann zwei Reihen glatt rechts. Das machst du insgesamt elfmal, bis du elf solch ne Kausrechtsrippen hast. Ich wiederhole nochmal, du strickst insgesamt elfmal den Mustersatz 1, den mit der Kausrechtsrippe, der über zwei Reihen geht und zwei Reihen glatt rechts. Das machst du elfmal, dann erhältst du so ein schickes, großes Stück. Und dann hast du die achte Folge vom Hanna-Tuch, dem aktuellen Wolo-Holiker-Kall, auch geschafft. Ich freue mich auf dich zur Folge 9. Bis dann. Viel Spaß beim Stricken. Deine Gabriele von Wolo-Holiker.